War Ihnen klar, was Sie nach Ihrem Eintreffen in Saint-Serveur erwarten würde? Hat er recht? Ja, Sir. Gut, wenn Paige geht, gehe ich auch. Wenn den einer erschießt, dann bin ich das. Ihr geht über die rechte Flanke und konzentriert euch auf die Mühle. Lasst die Crowds nicht raus, sonst schaffen wir es nicht, die Brücke zu nehmen. Los geht's! Ei, Ei, Sir. Okay. Hey, Jutjo von Tess, willkommen zurück bei einer neuen Folge Brothers in Arms. So. Herr Doc! Sammeln! Dann gehen wir mal los. Wir müssen geradeaus. Und was für eine Mühle müssen wir denn hier auseinanderrupfen? Das würde mich mal interessieren. Gib mir Feuer! So, oh shit. Oh shit. Oh oh. Okay, okay. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Stimmt doch! Alles klar. Einer weniger. Äh, wen habe ich denn geradeaus gewählt? So, du kommst hier hin. Hey Doc! Nach da drüben! Kommt hier mal her. Genau, ihr schießt da hin. Ich bin getroffen! Feuer frei! Er wurde getroffen! Okay. Hallo? Oh! So, guck mal. Granate! Alles klar. Panzer! Komm mal hier hin! Meine Fresse hier, ey. Immer diese Scheiße. Die können nichts selber machen. Die bleiben die ganze Zeit sitzen und stehen und faulenzen rum. Unglaublich hier. So. Gib mir das hier. Oh, was ist das denn hier? Das sieht cool aus. Äh, das war sicherlich nicht der letzte. Kommt her! Alle hinterher! Aufrücken! Ähm, woher muss ich denn jetzt? Los! Moment, ich nehme einfach die Waffe. Die hat viel mehr Stil. Okay, okay, okay. Mist! Mist! Wir sind ganz schön in der Klemmeritz! Runter, Rats! Warum treffe ich nichts? Ich bin so schlecht. Ich bin so schlecht. Ich werde gekostet! Oh! Okay. Alles klar. Wo haben wir denn jetzt? Oh mein Gott! Panzer dahin! Ihr kommt mit mir. Panzer! Da, druck zu schießen! So sieht's aus. Leute, ihr kommt mit. Okay. Das wird... Oh, shit! Okay. Erstmal Granate. Okay, pass auf. Pass auf, Kollege. Du bist jetzt tot. Was? Warum steckt denn der nicht? Wohin? Ich sehe jetzt nichts. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Alles klar. No! Alle aufrücken! Okay, du gehst dahin. Bewegung! Wir greifen an! Alles klar. Oh! Andrew. Das ist nicht gut. Geht über die Planke! Schnell! Macht sie fertig! Herrdorf! Herrdorf! Feuer auf das Achtung! Shit! Shit! Ich nehme jetzt einfach das MG. Kann ich das MG nehmen? Okay, das wird in einer Katastrophe entgegen. Ich komme hier auch nicht mehr runter. Hallo? Ich glaube, ich habe einen Riesenfehler begonnen. Okay, das geht nicht. Kapitel Neustart. Okay. Ja. Das ging jetzt leider nicht. Ich konnte nichts machen. Also, ja, bla bla. Das haben wir ja schon gesehen. Wie geht das denn hier weiter? War Ihnen klar, was Sie nach Ihrem... Oh mein Gott, jetzt musste ich mir das noch einmal antun. Ja, obwohl wir eigentlich nur die Karten überbringen sollten, beschlossen wir, dort zu bleiben. Paddock war ganz versessen darauf. Er sprach die ganze Zeit davon, dass die vierte Infanterie gut nach Cherbourg durchkommen müsse. Er sagte, dass wir die ganzen 8-8 ausschalten müssten, um die Panzer zu schützen. In den Karten waren keine eingezeichnet, aber Paddock meinte, die Deutschen würden damit das Gebiet sichern. Hatte er recht? Ja, hatte er. Ja, sehr. Gut, jetzt können wir bitte wieder weitermachen. Das wäre super und von Vorteil, damit wir das hier heute noch schaffen. Okay. Das musste ich gleich hinterlegen. Ja, bla bla. Verdammt gute Arbeit. Ist okay. Lust, eine Weile zu bleiben? Ja, nein. Wir brauchen jeden Mann. Danke, tschüss. Gut. Nimm die drei mit, die... Ich lasse euch einen Panzer da. Aber ich brauche ein paar deiner Männer für den Hauptangriff. Ich gehe mit. Okay, Nummer 1. Ich auch. Gut, wenn Paige geht, gehe ich auch. Ja, er verschwindet alle. Ihr geht über die rechte Flanke und konzentriert euch auf die Mühle. Okay. Lasst die Crowds nicht raus, sonst schaffen wir es nicht, die Brücke zu nehmen. Ja. Los geht's. Gehtfresse, lasst mich doch in Ruhe. Jetzt geht doch endlich. Achtet auf feindliche 8-8. Ja, ja. So. Okay. Sammeln. Kommt mit. Alle hierher. So. Bla, bla, bla. Bewegung. Paddock. Feuer frei. Oh mein Gott. Das war so klar, dass er direkt wieder Schaden annimmt. Was soll denn das für eine Scheiße? Meine Fresse hier. Jedes Mal. Mann, Mann, Mann. Kann man nicht hier einmal in Ruhe Krieg führen, ohne dass direkt... Das halbe Team stimmt und da hinten sind Gegner. Äh. Spellfeuer. Paddock. Weiter feuern. Okay, einer weniger. Hallo? Den habe ich doch voll getroffen. Okay. Das war gut. Ich brauche Spellfeuer. Oh. Weiter feuern. Paddock. Feuer verlagern. Feuer verlagern. Komm mal hier. Vorsicht, ich werfe eine Granate. Alles klar. Das war schon mal gut. Das war schon mal gut. Hallo? Okay. Wo ist denn jetzt der Panzer? Kann er mal bitte hier vorfahren? Los, los, los. Da hin. Um dann den da platzumachen. Wo hat der denn jetzt hingeschossen? Meine Fresse. Oh mein Gott. So, kommt mal her. Dritte Gruppe sammeln. Ja, Hans. Dödl, 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 dödl. Hallo? So. Panzer. Du fährst jetzt vor. Los, darüber. Und beledigst die Arschbacken. Alles klar. Ruhe, 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 Ruhe. Jetzt erstmal Sprengsatz setzen. Okay, weg hier. Leute, weg. Außer der Panzer. Der Panzer hält das aus. Okay. Männer, sammeln. So. No, ich will mit keinen reden. Ich will einfach nur mein Ding durchziehen. Oh, da sind Gegner. Da drüben. Feuer konzentrieren. Shit, 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 shit. Vorrücken und weiterfeuern. Shit, shit. Shit. Alles klar. Äh, Team dahin. Beeilung, darüber. Panzer. Du gehst vor. Diesmal machen wir es intelligente und gehen von der Seite. Damit das klar ist. Könntest du... Ja. Ja. Das wär schön. Genau. Gehst du mal davor. Machst den da platt. Oh. Der ist weg. Alles klar. Alles klar. Super. Super. Komm, Herr Panzer. Ach nee, Quatsch. Ihr bleibt da. Nee, warte mal. Wie war das nochmal? Panzer dahin. Okay. Panzer. Dahin. Meine Fresse. Mach hinne. Jetzt hör auf zu sterben. Geht doch. So, Team sammeln. Aufrücken. Aufrücken. Äh. Da rüber. Maxi fertig. So. Es läuft doch mehr als wunderbar. F drücken. Ich drücke. Ich drücke. Ich bin weg. Ich hau ab. Tschüss. Kann er mal aufhören da hin und her. Der soll die erschießen. Geht doch. Okay. Panzer. Alle aufrücken. Wer für Granate überrennt sie. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Okay. Mit überrennen funktioniert das heute relativ gut. Wir müssen über die Flanken an sie heran. Warum müssen wir denn über die Flanken an sie heran? Wir können auch hier lang. Okay. Komm her. Sammeln. Hierher. Okay. Was passiert jetzt? Das war so klar. Gesche... Was? Äh. Hinweis. Das Scheitern ist auch das wahr. Nicht zu vermeiden. Finden sie den Ball. Aha. Oh. Okay. So. Okay. Moment. Kann ich eigentlich nicht hier lang? Wahrscheinlich. Oh oh. Alles klar. Das hat super funktioniert. Das hat super funktioniert. Kommt her. Wir machen einen kleinen Ausflug. Heute in die Prärie. Ich hoffe hier sind keine Deutschen. Wir müssen ruhig bleiben und unseren Jump erledigen. Oh mein Gott. Boah. Ich hätte euch fast erschossen. Neuer Plan, Red. Es geht dir mit die linke Flanke hoch zur Hauptbrücke. Das ist doch zum Kotzen. Auf den Kanten stand nichts von deiner verdammten Achtacht. Dich kriege ich, du Schwein. Du bist erledigt. Hast du gehört? Was, Red? Ja. War ja klar, dass wieder alles von mir abhängt. Oder was ist hier los? Wo ist denn der... Oh oh. Team hierhin. Paddock. Äh, Quatsch. Panzer vorgehen. Ich raste aus. Was war das denn? Runter, Red. Sperrfeuer. Macht schon. Kann mein Panzer mal bitte vorfahren? Alle ran. Angriff. Oh oh. Oh oh. Und das hat mich gerade angeschossen. Das fand ich jetzt gar nicht cool. Oh. Ihr läuft weg. Hä? Okay. Das gefällt mir gar nicht. Macht sie fertig. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Leute, da hin. Paddock. Im Laufschritt. Aber das ist auch keine gute Idee. Nein. Nein. Mein Team kommt jetzt mit mir. Aufrücken. Gruppe, aufrücken. So. Die hier hin. Was ist denn da los? Was ist da? Mein Gott. Das sind so viele Gegner. Kann ich hier etwas in die Luft jagen? Das wäre super. Das funktioniert natürlich nicht. Oh oh. Shit. No. Panzer. Hier hin. Bewegung. Verdammt. No. Okay. Das war klar. Paddock. Kommt her. Ja, ja. Schön. Schön. Oh. What? Das Teil. Guck mich an. Geht klar. Hier hin. Geheilung. Darüber. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Kommt hier hin. Kommt hier hin. Ihr schießt da hin. Gehe dich zieht. What? Woher? Einen, jemand hatte mich gerade angeschossen. Okay, ich bin heute total orientierungslos. Wo müssen wir da lang? Ich gehe einfach hier lang. Das ist wahrscheinlich am intelligentesten von hinten. Er hat von hinten gesagt. Oh, da ist noch eine 8-8. Glaube ich. Alles klar. Alles klar. Schießt da drauf. Da drüben ist die Artillerie. Das Teil ist aber viel gefährlicher, glaube ich. Und das hole ich mir jetzt zuerst. Oh, da ist noch einer. Alles klar. Numero uno. Oh, 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 oh. Oh. Das war's, oder wie? Ja, 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 ja. Ich habe am Panzer verloren. Das finde ich ganz und gar nicht cool. Wo? Wo sind denn noch mehr Deutsche? Was redet der denn? So, dann jagen wir das Ding auch in die Luft. Und jetzt abbauen. Okay. What? Ja, dann kommt man mit. Alle zu mir! What? Oh mein Gott. Das sind ja super viele. Und wir haben ein offenes Feld. Nö, leck mich. Ich gehe. Ich habe keinen Bock. Ich desertiere. Ich schaue jetzt einfach ab. Das ist mir zu doof. Oh, oh. Oh, oh. Wo ist denn mein Team? Die laufen einfach übers Feld. Sind die denn eigentlich des Wahnsinns? Erstens. Seid ihr hier oben des Wahnsinns? Granate! Okay, falsche Waffe. Das war... Okay. Ich bin tot. Ich habe keinen Bock mehr. Die Mission stinkt mir zum Himmel. Ja, ich bin tot. Alles klar. Okay. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich habe keinen Bock mehr auf diese Scheiße. Egal. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.